ARD Text im Auftrag von Funk Wenn du willst, sag ich meinem Vater Bescheid, der macht sie fertig. Was ist dein Vater? Boxer? Nee, Metzger. Du hast ein ehrliches Gesicht. Und Leute mit ehrlichem Gesicht. Da hab ich immer gut gebraucht. Kleiner, wie geht's denn? Den Jungen fässt keiner hier an. Guck ihn dir an. Diesen Jungen fässt du nie wieder an. Hast du das verstanden? Und du machst was genau? Ach, Teppiche schleppen, sie einwickeln, sie entfusseln, sie in den Keller schleifen. Solche Sachen halt. Oh Gott, Alter! Geh mal nach Hause. Ich hab uns Plastik besorgt. Mach Maximum. Schwachkappel siehst du nie wieder. Ist das klar? Das ist gar nichts klar. Ich reiß mir hier den Arsch auf, um irgendwie klar zu kommen. Ich bring sogar Geld mit nach Hause. Und was machst du? Joget, mach mal eine Forst. Ich mein, du willst ja jetzt nicht sterben, oder? Das war's. Ach. ак. Bis zum nächsten Mal.